Jo, hallo, willkommen, mein Name ist Danilo LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Worms Forts unter Belagerung. In der letzten Folge haben wir ein wunderschönes Camelot errichtet, was voll einfach war. Und jetzt machen wir auf der Suche. Viele Jahre sind ins Land gegangen, seit Arthur zum König der Briten gekrönt wurde. So viele Jahre ist es her, dass er es bereits vergessen hat. Doch das ist nicht das Einzige, was er vergessen hat. Er hat auch seinen Hochzeitstag vergessen. Wie gewöhnlich hat er sie losgeschickt, um ein hübsches Geschenk für Wigemailing zu besorgen. Etwas Hübsches soll es sein. Einzigartig, aber auch nicht zu teuer. Es gibt nur eins, worauf diese Beschreibung passt. Der heilige Gral, natürlich. Also immer wenn ihr den Hochzeitstag vergesst, einfach irgendwie den heiligen Gral besorgen. Okay, ich wünschte, ich würde mich ein bisschen mehr mit dem Mittelalter auskennen, sonst würde ich hier irgendwie, ich weiß nicht so, Hintergrundwissen noch reinpacken. Aber das ist ja kein, ja wie nennt man das, Lernkanal. Ne, das ist falsch, egal. So, oh Gott, ich sehe schon viele Jump Passagen. Wer ist diese tapfere Wurm? Hey, das sind ja sie, ja sag ich noch. Ey. Sie suchen noch den heiligen Gral, oder nicht? Mhm. Ich verstehe. Nur, sie müssen ihren Wert unter Beweis stellen. Schau mal wieder. Indem sie drei Aufgaben erfüllt. Die erste Aufgabe heißt, der Atem Gottes. Ich weiß genau, dass ich den schon mal in einem Film gesehen habe. Was? Wie auch immer. Oh Gott, das sieht noch schon ein paar Sachen aus. Sagen Sie mit dem Fallschirm alle Kisten ein. Fallschirm ist ja noch schlimmer. Oh nein. Der Wind wird Ihnen helfen. Ja, äh, äh, super. Oh nein. Stellen Sie einen Wert unter Beweis, junger Herrwitter. Sie müssen um jeden Fall überleben. Schließen Sie alle Aufgaben ab, kehren Sie mit dem heiligen Gral zurück. Habe ich eine Zeitbegrenzung? Nein, okay. So wird er vielleicht doch nicht so schwierig. Ich weiß nicht, ob ich den Fallschirm, ich kann einen Doppelsprung machen, das geht doch schon so. Hallo, guck ich meine, erwintern, der ist doch tödlich. So. Also ich habe einen KP oder so aufgezeichnet. Ich habe noch bekommen, gar nichts. Oh nein. Hallo, der Wind, der wird mich töten. So. Ich werde mich merken. Wir wissen, wie hat man letztes Mal ausgegangen ist. Oh Mann. Oh, sieben. Oh, sieben. Sehe ich irgendwo meine KP? Hey, nö. Na ja, mal geil, wenn ich irgendwie springe und vergesse, irgendwie den Fallschirm auszurüsten. Stell ich mal vor, will man echt machen? Nein, das ist ein Adderwind. Oh, ich bin aus dem Flugzeug gesprungen, hab den Fallschirm vergessen. So, wo jetzt sagen. Ich hoffe, die großen Inseln. Oh Mann. Jetzt vorsichtig. Ja. Ich bin auch immer vorsichtig, außer wenn ich vollkommener Mist baue. Oh Mann. Wind, 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 ich sehe nichts. Ich hoffe nicht. Fast am Ziel. Das heißt, ich werde jetzt auf jeden Fall runterfallen. Da sind noch Burgen. Das heißt, wenn ich das nicht schaffe, dann... Oh Gott. Dann... Hup. Jetzt. Ich glaube, ich darf den Ding auch, aber... Ach, ich soll jetzt noch irgendeine Schlacht wahrscheinlich. Boah, ich wollte schon sagen, muss ich das nochmal machen. Die erste Prüfung haben sie gut bewältigt. Doch die zweite weitere Prüfung... Äh, zwei weitere Prüfungen stehen ihnen noch bevor. Die zweite Aufgabe heißt die Macht Gottes. Okay. Zerstören sie alle Gebäude. Aber... Aufpass, sie haben nur eine ganze Menge Munition. Das war natürlich klar. Sie müssen sorgfältig zählen. Dann kann ich nicht einfach die Festung kaputt hauen? Ja, ne? Verstehen sie? Sieht so aus. Ja, mal los. Okay, wie begrenzt ist meine Munition? Jetzt steht da nur, weil sie nicht... Nein, was soll ich denn damit? Ähm, ja. Dann wissen wir ja das Teil hier. Oh Gott, wo ist die Festung? Da. Dahinter. Ja, ganz ruhig, ganz ruhig. Das war voll daneben. Ah! Nein, 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 nein. Da geht auch, geht auch. Nein, wieder als Wasser. Ja, da war schon mal volle Möhre daneben. Geil. Was soll ich mit den Dingen? Weil ich mich eigentlich verarschen bin. Den treffe ich nie im Leben. Ja, ich hab die, die haben getroffen. Ich muss die Dinge zeigen, kaputt hauen. In solchen Vertreffen. Okay, höher. Höher. Das war immer noch nicht hoch genug. Geh weg, ich muss die Festung treffen. So, aus dem Weg, aus dem Weg. Wo ist die Festung? Hallo? Hä? Wie sind die Festung? Da! Ma! Oh, nein, dann hab ich schon vermasselt. Was soll ich denn da jetzt noch schaffen? Da hinten ist die. Leck mich. Ach, Mann. Ich kann mit den Dingen nicht treffen. Versteht ihr das nicht? Oh. Ja, kühlschonig. Ich hab genau die Waffen bekommen, mit denen ich gar nichts anfangen kann. Was soll ich bewegen? Ja, ich weiß mal hiermit wegballern. Wow, da war sogar gut. Aber nicht gut genug, finde ich. In Renault, das hätte ich voll viel Schaden anrichten können, ganz ehrlich. Aber nein. Nein. Boah. Da wird nervig. Was wird denn danach noch kommen? Ich hab schon Angst, jetzt ehrlich gesagt. So, komm. Wow, was? Das Ding ist da drin gewesen. Ganz tief drin. So, wie hab ich das gemacht? So, man klebt in die Dinger. Okay, das sieht schon ein bisschen gut aus, aber ich glaube, ich hab den Rest schaffe. So, ich sag gleich mit dem Teil. Mal komm schauen. Weil ich nicht so viel Mist gemacht habe, mit dem Renaults Ross. Weil der Flumme, was soll ich damit? Nee, der Riesenambus habe ich sowieso nicht. Jetzt kommen die Dinger. Ich muss ja am besten mit jedem treffen. Das war gut. Aber nicht gut genug, habe ich so gefühlt. Ich will Riesenambus, da habe ich. Drei, Rops. Ich bin Renaults Ross getroffen, ganz ehrlich. Sehr gut. Der war gut. Ja, der war gut. Vielleicht schaffe ich das sogar noch. Aber ich möchte natürlich nicht so viel Hoffnung, ja. Aufkommen lassen. Nein? Okay, doch ein bisschen. Aber man. Ja, äh, ja. Hab ich nicht ein super Dealfeld oder so benutzen, hallo. Und Graztreffer. Oh nein. Oh nein. Komm schon. Okay, ein bisschen. So, jetzt muss ich mir da Riesenambus weghauen. Und wenn sie mich auf den Arm nehmen, ich kann ja den gar nicht nutzen. Da guckt sich dann eine Hand. Ich kann ja auch noch mal machen, verdammter Dreck. Wieso denn so hoch, Mann? Soll ich mir da betreffen, Mann? Ja, muss ich vergessen. Guck sie an, wie soll ich denn da betreffen? Ja, voll die Verarschung. Ja, gib mir doch mal bessere Sachen, ganz ehrlich. Mission gescheitert. Ja, ich weiß. Geben wir bessere Waffen, dann schaffe ich das auch. Und nicht solchen Schrott. Hüscher haben wir auf, ey. Wir sind die... Das Ding abprallt. Okay, ich muss mit dem Renaultzos mal da richtig treffen. Er war voll daneben gehauen. Weil der jetzt richtig nervig ist, dass ich schon wieder diese Jump-Passagen machen muss. Das ist nicht toll. Dann muss ich nur danach noch machen. Wahrscheinlich verkaufe ich das jetzt auch noch. So. Aber knapp. Das war ja nicht so schwer, wie ich gedacht hatte. Nein, okay. Da ging es da her. Voller Kinder. Geburtstag. Verdammter Dreck. Vor allem die ganzen anderen, der wir davor, die waren so einfach. Jetzt kommt sowas. Vergessen, doppelt Schwung zu machen. Mann. Dann sind so Sachen, für die habe ich keine Geduld bei solchen Spielen. Ich weiß ja immer, die ganzen Zeit hier zu machen, wie ich hier zu einer Herausforderung komme. Das ist ja nicht beim ersten Mal schaffen können, ne? Also wenn man hat wieder hier unter Stress und Zeitdruck machen will, ne? Meine Nase juckt die ganze Zeit, bin ich irgendwie ein Pollen allergisch oder was? Ist das aber nicht Sinn? So. Jetzt aber. Jetzt vorsichtig. Ja, ich weiß mal. Ich bin immer knapper. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja. Ja, ich weiß. Machen wir es mal hier mit. Ja, damit werde ich sowieso nicht treffen. Ich will jetzt mal ein paar Sachen hier wegballern. So, das Ding geht ja immer so komisch, deswegen noch mal so. Läuft gar nichts nach Plan. Jetzt fliegen die voll gerade. Ach. Auch dann trefft doch mal einer drin. Die Festung. Diese erste Prüfung haben sie gut bewältigt, da kann es euch weggehen. Darum sehe ich auch schon wieder irgendwas, glaube ich. Jawohl, einer hat, ne, keiner von denen hat getroffen. Verdammt. Doch, ein bisschen. Ich will mal aufhören, immer so gedreht zu sein. Ich will den ganzen Treffen. Ja, du da oben kannst du weggehen. Ich sehe nicht, wie viele Sekunden ich jetzt eingestellt habe. Boah. Ich will mich verarschen. Ich sehe jetzt nicht, wie viele Sekunden ich eingestellt habe. Boah, ist ja richtig toll. Geil, danke. Das war eine Sekunde. Ey, wegen so'n Scheiß schon wieder. Ah. Ja. Wir müssen dann jetzt zwei sein. Ey, wie ich hier nur verarscht werde vom Spiel. Ach, Mann. Also, ich habe ja echt die beschissensten Waffen, die du benutzen kannst, um was zu töten. Also, das sind so meine Hasswaffen, die ich nie benutze. Mit denen soll ich jetzt hier alles kaputt machen. Mann. Ich habe einen Bock aus, Greenier was zu machen, ganz ehrlich. Ich würde das heute fertig machen. Oh. Das heißt, das Ding ist es nicht. Mann. 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 ein bisschen meine stadt egal weiß nicht ob ich bin ich drei drücke weg ist deswegen dass ich doch mal lieber ich bin die Bühne wenn ich so ein Hamster werfe oder irgendwie so bekommen oder der Armbrust der normale wenn ich mal anfangs ließ es war oder sehr gut da läuft sehr gut so war mal mit dem weiter weil mich trefft ja nicht mal ich sollte das heute abheilen sehr gut brauche ich meister die waffen leichter so weitergeht jawohl geschafft wissen sie ich habe nicht glaubt dass etwas in ihnen steckt gut gemacht doch die schwerste prüfung steht ihnen noch bevor der sprung des glaubens lieb of fate was sie müssen den graal an sich bringen erkleben sie den gipfel mit hilfe von balken und sprüge die zeit abläuft haben sie versagt wenn sie mich fangen viel glück da werde ich brauche ja danke warum sich lang schnell war okay ein falscher sprung ich kann das ganz normal machen nein 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 ich möchte doch die schatten gucken ich habe einen erfahrung das verständlich kommt und so gespielt wenn ich vor der job war ein meister sie kann doch warum sind die zeit die geht irgendwie nicht weiter aber jetzt wird zwar keine balken beiden sind für pussies wir dafür könnte ich vielleicht ein beides gebrauchen so zack noch ein einfach so zur sicherheit soll die schwerste prüfung gewesen sein wenn sie mich auf den arm nehmen wenn man bedenkt wie schwer es war ihn zu bekommen ich hatte ihn mir größer vorgestellt wirklich ein bisschen enttäuschend wie jetzt war ich mein leben riskiert man der ist aber klein aber auf größe soll es ja nicht ankommen genau zwinker zwinker ich bin sicher dass die königin davon begeistert sein wird mit muss lassen sie das nicht zurück stellen sie sich doch nicht so an da kommen sie schon sie haben ja auch so lange gebraucht um ihn zu bekommen ja zehn minuten also insgesamt für ein paar 20 aber eigentlich zehn minuten gold ganz mittelalter bis jetzt mit gold hier abgeschlossen eigentlich war es ja nicht so schwer auch nur ein bisschen glück beim feuern ja ich jedenfalls mittelalterlicher grafstein mordwert und morgana frage des glaubens und ektor und gewinn dann haben wir hier die letzte mission nämlich an von rom sports und vom mittelalterlichen von der mittelalterlichen story und ja muss sagen wenn danach nichts mehr kommt ist das schon der letzte kampf in diesem projekt und den machen wir in der nächsten folge von let's play wars wars unter belagerung ich bleibe mich alle zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge